Hallo und herzlich willkommen auf Ausfahrt TV News und ich stelle euch heute das Produkt des Monats vor. Unser Produkt des Monats hat etwas mit Sensortechnologie, Parken, Geld sparen und Bürokratie zu tun. Klingt komisch, aber die Erklärung ist ganz einfach. Es ist eine digitale elektrische Parkscheibe, die sich durch einen Bewegungssensor selbst auf die richtige Uhrzeit einstellt. Getestet von mir persönlich, eine echte Empfehlung und ihr könnt dieses Produkt direkt bestellen. Ihr findet den Link immer in der Videobeschreibung und weil wir bei dem Kauf immer ein paar Cents mitverdienen, ist dieses Video hier auch offiziell als Werbung deklariert. So geht Transparenz und so geht Parken. Bereits das falsche Halten kann richtig ins Geld gehen, falsch parken sowieso. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wer ohne Parkscheibe parkt, wo es vorausgesetzt wird, der wird laut aktuellem Bußgeldkatalog mit 20 bis 40 Euro bestraft. Sprich, wenn unser Produkt des Monats euch nur vor einem Knöllchen schützt, dann hat sich diese digitale Parkscheibe bereits bezahlt gemacht. Diese elektrische Parkscheibe spart nicht nur Zeit und Geld. Ich meine, wer kennt das nicht? Wo ist die Parkscheibe? Du hattest die? Nein, du, schau mal im Handschuhfach, da ist die nicht. Sondern wurde auch in Deutschland entwickelt. Und nun kommen wir zur Bürokratie. Diese digitale Parkscheibe, die sich selbst auf die richtige Ankunftszeit einstellt, entspricht vollständig und vollumfänglich den durchaus strengen Bestimmungen des Kraftfahrtbundesamtes und ist somit deutschlandweit zugelassen. Neben einer benutzerfreundlichen Oberfläche, kompakten Abmessungen und einem leuchtenden Nachtmodus bietet diese Parkscheibe eine wählbare Taktungseinstellung, also entweder 15 oder 30 Minuten, sowie eine Einstellung zur Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt. Besonders hervorzuheben ist das zweite Display, das es ermöglicht, bereits von innen zu sehen, ob alles richtig eingestellt ist. Diese Funktion macht das Parken noch komfortabler und stressfreier. Somit ist unser Produkt des Monats nicht nur ein tolles Geschenk für alle Autofahrer, die nicht mehr Knöllchen sammeln wollen, ihre Parkscheibe ständig verlegen und nicht finden, sondern zum Beispiel auch für Elektroautofahrer. Denn an den meisten Ladesäulen muss man auch eine Parkscheibe reinlegen. Vergessen die meisten. Oft wird da noch nicht kontrolliert, aber stressfreier geht es sicherlich, wenn alles automatisch erledigt wird. Die TapuFix Parkscheibe misst 10 cm in der Breite, 8 cm in der Höhe und ist ca. 2,5 cm dick. Sie ist selbstklebend, kommt mit vier weiteren Klebepads. Falls man das Auto oder die Frontscheibe wechseln muss, sowie mit einer Ersatzbatterie. Für diese elektrische Parkscheibe wird übrigens eine CR2450 Batterie benötigt, falls die mal leer gehen sollte. Achtung bei der Montage. Unter der Parkscheibe sollte man etwas Platz lassen, um anschließend auch die Batterie leicht wechseln zu können. Die Montage selbst ist natürlich ein Kinderspiel. Scheibe von innen reinigen, richtig positionieren, festkleben und etwas andrücken. Fertig. Ab dann stellt sich die Parkscheibe selber ein. Ihr könnt auf dem kleinen Display nicht nur den Modus überwachen, sondern seht neben dem Datum auch die Ankunftsuhrzeit. Auch über den Füllstand der Batterie werdet ihr informiert. Gerade das zweite Display und die kompakten Abmessungen machen diese elektronische Parkscheibe, die sich selber einstellt, im Zusammenspiel mit dem günstigen Preis, der sich immer etwas ändern kann. Deswegen klickt da mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung, zu unserem Produkt des Monats. Geld sparen beim Parken. Denn nur wer noch nie ein Knöllchen bekommen hat, der klickt nun einfach weiter. Noch etwas unnützes Wissen zum Ende. Wer sich auch immer gefragt hat, warum heißt das eigentlich Knöllchen? Tja, das wird wohl auf die Verniedlichungsform Protoköllchen von Protokoll unter scherzhafter Anlehnung an Knolle geschoben. Den Begriff Knöllchen verdanken wir den lustigen Rheinländern. Nun müsst ihr die in der Zukunft nicht mehr unter den Scheibenwischern finden und anschließend zusammenknüllen. Denn unser Produkt des Monats schützt euch in der Zukunft vor Strafzetteln, Verwarngelder und sonstigem, sofern ihr richtig parkt. Also dort, wo es auch zugelassen ist. So, wer noch nie ein Knöllchen hatte, der kann darauf natürlich verzichten. Aber allen anderen lege ich das wirklich wärmstens ans Herz. Vor allem den Elektromobilisten. Denn ich glaube, früher oder später werden die Überwacher des ruhenden Verkehrs auch an den Ladesäulen kontrollieren, ob da eine Parkscheibe drin ist, damit die Ladezeit nicht überschritten wird. Dann gibt es dann nicht nur diese ominöse Ladedauer von einem Ladekartenanbieter. Maximal vier Stunden. Ansonsten gibt es eine Sperrzeit. Nein, dann gibt es auch noch ein Knöllchen obendrauf. Und das wäre doch wirklich schade. Dementsprechend kann dieses Produkt, also die digitale Parkscheibe, verschweinlich und vermutlich Geld sparen. Und dementsprechend für mich ein Must-Have für jeden Autofahrer. Habt ihr schon mal ein Knöllchen gehabt? Schreibt doch mal die lustigsten Geschichten in die Kommentare. Denn ihr wisst, dass AusfahrtTV News ist und bleibt keine Einbahnstraße. Ich liebe den Dialog mit euch. Bis zum nächsten Video. Macht euch ein Lenz. Euer Jens. Ciao. Ich liebe den Dialog mit euch.